Oli kenne ich das erste Mal als Unternehmer, grosser Unternehmer, als Macher und als einfach grosse Persönlichkeit, als markante Persönlichkeit im Oberwaldes, die für mich einfach einen grossen Zivilcourage an den Tisch legt. Was er alles macht, fasziniert mich, dass ein Mensch das alles unter eine Hüte bringt. Er ist sehr engagiert und das macht er natürlich uns und das macht er alles mit Zivilcourage. Ich nehme noch locker wahr und ich verwundere mich zwar in Sie, weil er so viel macht und so viel im Stand ist, unter eine Hüte zu bringen. Und da, wo er dabei ist, hat er Spuren. Das finde ich enorm wichtig und das begeistert mich an der Persönlichkeit Oli Wienbaud. Er ist von mir gesehen ein Typ, der alle Leid akzeptiert. Er lässt alle Leid lassen. Er lässt alle Leid leben. Er nimmt alle wahr, wie es sind. Und von mir gesehen ist Oli schnell einmal auf den gleichen Nenner. Ich habe einen Punkt und ich bin über eine Hüte zu bringen. Es wird ebenso ein bisschen geben. Ich habe einen Punkt und ich habe einen Punkt.